Kennst du schon die 3-Minuten-Regel, wie du mit Augentraining in 3 Minuten deine Sehkraft deutlich verbessern kannst? Nein, kennst du noch nicht? Dann sei gespannt, ich verrate dir, wie das geht. Denn die meisten glauben, man kann mit Augentraining seine Sehkraft überhaupt nicht verbessern. Und in 3 Minuten schon gar nicht. Ich zeige dir aber trotzdem, wie du es schaffen kannst, in 3 Minuten deine Sehkraft zu verbessern. Und ich zeige dir sogar noch einen Bonus-Tipp, also bleib unbedingt bis zum Ende dieses Videos hier dran. Wie gesagt, wir brauchen für das Ganze nur 3 Minuten und wenn du jetzt das Ganze in der Mittagspause siehst oder sonst generell, mach diese Übung einfach mit. Wie gesagt, sie dauert nicht länger als 3 Minuten und 3 Minuten Zeit hast du auf jeden Fall, denn das Video wird auch ziemlich genau 3 Minuten lang gehen. Als allererstes suchst du dir erstmal einen Raum, wo du wirklich mit Ruhe und Gelassenheit dich hinsetzen kannst, keine Steuergeräusche hast, kein zu helles Licht, kein zu dunkles Licht, sondern du suchst dir wirklich einen Raum, wo du dich absolut wohlfühlst und beginnst folgendermaßen. Du setzt dich hin, versuchst dich erstmal innerlich zu entspannen und wenn du jetzt auf der Arbeit bist, versuchst du das trotzdem zu machen. Und zwar, du reibst deine Hände aneinander, sodass sie richtig schön warm sind. Am besten machst du das, wie gesagt, 30 Sekunden lang, dass sie richtig schön heiß sind, dass du schon spürst, wie so im Winter, wie man so seine Hände aufeinander reibt, dass es richtig schön warm wird. Du merkst richtig, wie die Hitze hier in deiner Handfläche entsteht. Dann schließt du deine Augen, legst deine warmen Handflächen auf deine geschlossenen Augen. Für mindestens wiederum 30 Sekunden atme es tief ein und aus, versuchst dich wirklich mal runterzufahren, lass die ganze Zeit deine Hände auf deine geschlossenen Augen. Lass die so wirklich schön drauf, versuch dich wirklich auf die Farbe schwarz zu konzentrieren, weil was anderes siehst du gerade nicht. Du hast kein helles Licht, was in deine Augen strömt. Versuch dich wirklich in diesen Sekunden an nichts zu konzentrieren, nichts zu erinnern. Versuch wirklich nur Entspannung zu spüren, versuch das auch mindestens 30 Sekunden auszuhalten. Danach lass deine Augen ruhig geschlossen, reibe nochmal deine Hände aneinander, dass sie richtig schön heiß werden. Augen, wie gesagt, sind immer noch geschlossen. Leg sie wieder auf deine geschlossenen Augen, du atmest wieder tief ein und aus. Für 30 Sekunden Minimum. Und du wirst schon merken, beim ersten Mal waren da noch ein paar helle, grelle Glitzer, Blitze, was auch immer du da sehen magst. Irgendwelche Blitze wahrscheinlich, Sternschnuppen, irgendwas in der Richtung siehst du auf jeden Fall. Da merkst du immer dann, dass deine Augen nicht entspannt sind. Wenn du das Ganze jetzt nochmal machst, nochmal deine Hände aneinander reiben, nochmal deine Augen schließen und nochmal tief durchatmen, Du wirst merken, die ganzen Blitze, alle grellen Stiche, Farben gehen verloren. Du siehst nur noch schwarz und versuch dich jetzt auf dieses schwarz noch mehr zu konzentrieren, dass es noch dunkler wird. Achte auf deine Atmung, tief ein- und tief ausatmen. Und was du jetzt hast, wenn du deine Augen öffnest, ist einmal deine bessere Sehkraft und zum anderen hast du deine Augen entspannt. Und du kannst, wie gesagt, deutlich besser sehen. Wenn du weitere Tipps haben möchtest, abonnier doch gerne diesen Kanal, gib ihm gerne einen Daumen nach oben. Schau auch gerne unten in der Videobeschreibung nach, da habe ich was für dich vorbereitet. Wir sehen uns und hören uns dann beim nächsten Video. Bis dann, ciao.